Mr. Burns, ich hab schon langsam Angst gekriegt, weil alle weg sind und... Oh mein Gott! Bitte, helfen Sie mir! Er hat meine Zunge! Er hat meine Zunge! Lassen Sie mich nicht allein! Ein Nachschulabung! Verdammt! Das ist eine Falltür, aber der Hebel muss doch hier irgendwo sein! Lauft, ihr verdammten hohen Söhne! Lauft um euer Leben! Raus hier! Lauf! 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 Steh! Weiter! Da bist du ja! Hör auf, Versteck zu spielen. Wir müssen schnellstens hier raus. Wow! Evie! Alter! Ja, bloß raus! Habt ihr das gesehen? Die Mutti ist K.O. gegangen! Ich sagte, geht oder sterbt. Ihr wolltet nicht gehen. Jetzt sind wir alle dem Tod geweiht. Ihr habt eine Kreatur freigelassen, die wir über 3000 Jahre fürchten. Keine Aufregung, ich hab sie erledigt. Keine Waffe kann diese Kreatur töten. Er ist nicht von dieser Welt. Ihr Mistkerl hier. Was habt ihr getan? Wir haben ihn gerettet. Gerettet, bevor die Kreatur ihre Arbeit beenden konnte. Verlasst diesen Ort, bevor sie euch alle tötet. Yalla! Imchi! Wir müssen jetzt auf die Jagd gehen und einen Weg finden, wie wir sie töten können. Ich hab doch gesagt, ich hab sie erledigt. Und ich sage euch, diese Kreatur bringt den sicheren Tod. Sie wird niemals essen, sie wird niemals schlafen und sie wird niemals aufhören. Töne! Halt! Welche qua shearnet. Gert! Möge der Allmächtige, der Allmächtige Gott mich beschützen, wie der Hürstel seiner Herde. Ihr Alethister, der Allmächtige Gott entdeckt ihn zusammen. Okay, dann. Bmbl! livres vor unserem Land! Vend Time! Oh, mein Prinz. Oh, mein Prinz.